also das ding sieht aber fett aus geht das so was ja das fährt sich auch alles nieder so kuduk die dreht ich habe da rum du darfst das nicht hingucken also alle einleiten in kavala unterbeschuld fb macht stress bei was wo soll ich hingucken wird sich mal rumdrehen wenn ich was ich hier gerade mache das ist ja das ist ja eine ausnahme so den gibt es normalerweise nicht er macht das jetzt eigentlich auch eine autosirene keine ahnung bestimmt auch noch mal jungs ja dieser dieser oder dritter jetzt gut aufs tag hat das wäre jetzt scheiße der sputnik dieser dieser sputnik da der ist auf der verbrecherliste lasst ihn mal suchen lasst ihn mal suchen werdet ihr nie finden wir bitten um unterstützung wenn möglich ist noch zweimal schießen wir also kunduk die schießen wir damit auch mal oder doch mein gott so jetzt hat sorry ich züge ich den fb jawohl ich will auch mitfahren nein guck mal kannst du da einsteigen robot ne ja ich bin drin zwölf raketen du packst aber auch so wie ja das wackelt so äh magst du kannst dann meine heli nehmen beziehungsweise was anderes die haben sich gerade oben also dieser märth und malik extrem beschwert dass also der malik war gerade den wohnen mit miefried eh äh kundukti kundukti wird ohne vorwarnung auf polizisten geschossen von fb max kommt schweig ein ich flieg den anderen wir sind auf dem weg wir sind auf dem weg wir sind auf dem weg sind jetzt drin ich bin als schütze in dem panzer weil du hinter mir stehst ja was nein ich bin als schütze im panzer drin ich hab zwölf raketen titan raketen 230 mm ey kundukti machst du mir gefallen kannst du mir so eine große rakete abfeuern ich möchte es mal sehen wie die einschlägt bitte das wäre ja ich habe keine ahnung das ist eine artillerie das Ding geht noch Kilometer weit das Ding ist ganz woanders hin als ich ihn gezielt habe ja uns ist gar nichts abgeschossen worden wir haben vorwarnung gemacht das war Fehler ok wir haben eine Vorwarnung gemacht geh mal als Fahrer rein und dann nochmal raus vielleicht ist der bug dann weg zeig nicht aus bei mir also ich bin drin ich bewege jetzt rechts links das Ding bei mir bei mir bugst du draußen rum dann stehst du mal Alter ich hab ein alt-tellerie-computer ja schieß doch ein bisschen weiter da schieß doch ein bisschen weiter weg das Ding ach das ist mit kompletter Fernsteuerung auch ja klar du peilst auf der Karte einen Punkt an und da schießt er dann hin boah eh peil mal in den Salz oder halt diese Wüste da aber und zwar extremst also ich kann hier äh wenn ich will jetzt wie weit hinten ist vielleicht schießt er aber 1.000 gell ne ich fahr mit da krass bist du bei mir auf der Straße ja bei euch bei euch habt ihr Frid auch umgepackt die Reli das ist nun Anzeige Bug Problem ist wir fahren mit 36 kmh und 36 kmh bis Kavala da sind wir eine halbe Stunde unterwegs ich würd fast sagen wenn vielleicht Echel die vorfliegt wir brauchen halt echt ewig ja hey ihr könnt wahrscheinlich von hier Kavala wegschießen ja Kavala bis auf 2 km hin dann kann ich äh machen ja ja 60 kmh sind schon ganz gut ja 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 ich wollte echt nicht fliegen Jungs ihr braucht ja dann 10 Jahre bis ihr dort seid hier ist einer tot Herr kommt durch dir, möchtest du das echt machen? ich wiss nicht ich weiss es auch nicht es ist halt echt ewig vor allem wenn wir dann da dort sind dann beschwert sich wieder jeder auch ihr jagt's einen kompletten Kilometer einfach mal hoch mit einem Klick das geht doch nicht das kann sie nicht bringen und dann ja ich will doch gar nicht auf die Leute dort schießen ja fast dann ja pass auf, pass auf du kannst einfach mal jetzt einen Punkt ausbilden auf der Karte und die Blackfoots fliegen dahin und dann schießt einfach mal dorthin dann sehen sie es doch ja schieß einfach ein Zierer weg oder ich jag mal die nein nicht ich jag mal die Kirche hier weg in der Stadt vor nee geh doch mal db schieß einfach mal auf db13 ja db13 ist ein bisschen weit weg ich kann die Tankstelle noch in die Luft jagen vor uns ja nein schieß db15 weg ne auf die Tankstelle mach auf die Tankstelle vor uns passt schon liegt mal zur Tankstelle vor welche Tankstelle? unterhalb von db15 db14 ja so links so so südwestlich südwestlich da sah ich gerade aus genau einfach gerade aus das darf das der Kito nicht trifft habt ihr das im Sichtfeld? ja ich im Sichtfeld ich hab's auch auf der Aufnahme geht? ok 3 2 1 Feuer ja hast du keine Munition mehr oder was? ach so du schießt aber nicht ja ich hab eine Rakete das ist ein riesen Ding hä? du also ich hab eine Rakete geschossen was? bei mir hat gar nichts geschossen doch bei mir schon bei mir auch nicht ich hab auch eine Rakete weniger im Rohr wenn du sie reinschossen nö bei mir sind sechs stück drin ich hab jetzt von 12 waren insgesamt jetzt hab ich noch 10 was? ja geh mal raus also bei mir steht die Tankstelle immer noch alle sie sogar die Rakete fliegen das dauert ein bisschen ja jetzt ist sie eingeschlagen oh das geht ja ewig bis sie ankommt ja mach halt doch ja schön plan also Centralbank ja das nächste Mal wie hast du das gemacht? äh du gehst immer ausrad drehen Artillerie links diese Auswahl Ding ach hier ja ja dann gehst du markieren auf der Map wie ist das normal